Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 243 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der rote Leuchtturm ist auch an Land von Weitem sichtbar. Der rote Leuchtturm ist auch an Land von Weitem sichtbar. Müssen wir während des gesamten Fluges Schutzmasken tragen? Müssen wir während des gesamten Fluges Schutzmasken tragen? Müssen wir während des gesamten Fluges Schutzmasken tragen? Obwohl es mir nicht gut geht, bin ich den ganzen Tag im Büro. Obwohl es mir nicht gut geht, bin ich den ganzen Tag im Büro. Es ist schwierig, mit einem gebrochenen Bein die Treppe hinunterzugehen. Es ist schwierig, mit einem gebrochenen Bein die Treppe hinunterzugehen. Es ist schwierig, mit einem gebrochenen Bein die Treppe hinunterzugehen. Im heutigen Podcast geht es um das einfache Lernen von Sprachen durch Videos. Die beiden Tiere vertragen sich großartig. Die beiden Tiere vertragen sich großartig. Wir haben den Schlüssel zur Wohnung bekommen und können endlich einziehen. Wenn wir uns anschauen, was wir in nur wenigen Monaten erreicht haben, können wir stolz auf uns sein. Deine Idee ist gut. Ich beziehe sie in das Konzept ein. Dieses Projekt ist einzigartig in Deutschland. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Seit ich meine Lupe habe, beobachte ich meine Umgebung sehr genau. Seit ich meine Lupe habe, beobachte ich meine Umgebung sehr genau. Seit ich meine Lupe habe, beobachte ich meine Umgebung sehr genau. Ich laufe noch vier Kilometer. In fünfundzwanzig Minuten bin ich bei dir. Mit dem Handstand klappt es noch nicht ganz. Mit dem Handstand klappt es noch nicht ganz. Ich übe immer noch. Mit dem Handstand klappt es noch nicht ganz. Ich übe immer noch. Natürlich kümmere ich mich auch um unser Kind. Meine Frau und ich teilen uns die Verantwortung. Ich habe den Kürbis blau angemalt und dekoriere ihn jetzt. Wir verstecken unsere Gesichter hinter Sonnenblumen. Wir verstecken unsere Gesichter hinter Sonnenblumen. Wir verstecken unsere Gesichter hinter Sonnenblumen. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Ich mag die Arbeit lieber, wenn ich Musik höre. Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn du das Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir das Auto jetzt kaufst. Wenn du das Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir das Auto jetzt kaufst. Wenn du das Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir das Auto jetzt kaufst.